Alles anders als alle anderen, mein Erfolgsgeheimnis und wie auch du es schaffen kannst von Marcel Ramos Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Alles anders als alle anderen, mein Erfolgsgeheimnis und wie auch du es schaffen kannst von Marcel Ramos Das Buch Alles anders als alle anderen, mein Erfolgsgeheimnis und wie auch du es schaffen kannst von Marcel Ramos ist eine faszinierende Reise in die Welt eines Mannes, der sich gegen alle Widerstände durchgesetzt hat. Marcel Ramos, bekannt als einer der erfolgreichsten Luxusimmobilmakler Europas, zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie er es geschafft hat, sich in einer wettbewerbsintensiven Branche zu behaupten. Das Buch ist nicht nur eine Anleitung zum Erfolg, sondern auch eine inspirierende Lebensgeschichte, die Mut macht und zur Nachahmung anregt. Anders sein als Schlüssel zum Erfolg Marcel Ramos betont in seinem Buch immer wieder, wie entscheidend es ist, anders zu sein als die Masse. Schon in jungen Jahren erkannte er, dass er sich von der traditionellen Herangehensweise in der Immobilienbranche abheben muss, um erfolgreich zu sein. Anders sein bedeutet nicht nur, eine eigene Marke zu entwickeln, sondern auch den Mut zu haben, neue Wege zu gehen. Ramos beschreibt ausführlich, wie er sich bewusst entschieden hat, gegen den Strom zu schwimmen, um seine Karriere auf Mallorca zu starten. Dies war zu einer Zeit, als die Weltwirtschaftskrise viele Menschen davon abhielt, große Risiken einzugehen. Doch genau in diesem Moment erkannte er die Chance, sich durch seine Einzigartigkeit von anderen abzuheben. Seine Botschaft, nur wer den Mut hat, anders zu sein, wird langfristig Erfolg haben. Die Macht des Netzwerkens, ein weiteres zentrales Thema im Buch, ist die Bedeutung von Netzwerken. Ramos legt großen Wert darauf, wie wichtig es ist, Kontakte zu knüpfen und Beziehungen zu pflegen. Dabei spricht er nicht nur von oberflächlichen Geschäftsbeziehungen, sondern betont die Bedeutung echter, nachhaltiger Verbindungen. Er erklärt, wie er es geschafft hat, sich ein Netzwerk aus einflussreichen Persönlichkeiten wie Prominenten und Unternehmern aufzubauen. Dies half ihm nicht nur dabei, seine Bekanntheit zu steigern, sondern auch sein Immobiliengeschäft zu erweitern. Er zeigt auf, dass Netzwerken nicht nur eine Frage der Quantität, sondern vor allem der Qualität ist. Für dich bedeutet das, investiere Zeit und Energie in deine Beziehungen, denn sie sind ein entscheidender Faktor für deinen Erfolg. Umgang mit Rückschlägen In alles anders als alle anderen geht Marcel Ramos auch auf die schwierigen Zeiten ein, die er erlebt hat. Er verschweigt nicht, dass der Weg zum Erfolg oft steinig ist und Rückschläge dazugehören. Dabei beschreibt er, wie er mit Neid, Kritik und persönlichen Niederlagen umgegangen ist. Für ihn waren diese Herausforderungen eine Gelegenheit zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Ramos ermutigt dazu, Rückschläge nicht als endgültiges Scheitern zu betrachten, sondern als Teil des Lernprozesses. Jeder Misserfolg birgt die Chance, etwas Neues zu lernen und sich zu verbessern. Seine Botschaft ist klar, wer sich von Rückschlägen entmutigen lässt, wird nie sein volles Potenzial entfalten. Digitale Präsenz als Erfolgsfaktor In der heutigen Zeit ist die digitale Präsenz unverzichtbar für den geschäftlichen Erfolg. Marcel Ramos war sich dessen früh bewusst und nutzte Social Media, um sich und seine Marke effektiv zu präsentieren. In seinem Buch gibt er wertvolle Tipps, wie auch du deine digitale Präsenz aufbauen und optimieren kannst. Dabei geht es nicht nur darum, möglichst viele Follower zu gewinnen, sondern authentisch zu bleiben und deine Persönlichkeit zu zeigen. Ramos betont, dass Social Media eine mächtige Plattform ist, um Vertrauen aufzubauen und potenzielle Kunden zu erreichen. Durch die gezielte Nutzung von digitalen Kanälen kannst du deine Reichweite enorm vergrößern und dein Unternehmen erfolgreich positionieren. Top 10 Bullet Points aus dem Buch Alles anders als alle anderen Sei authentisch Echte Persönlichkeiten ziehen Menschen an Keine oberflächlichen Masken Mut zum Risiko Ohne Risiko gibt es keinen Erfolg Kalkulierte Risiken gehören zum Spiel Netzwerken mit Herz Echte Beziehungen sind langfristig wertvoller als kurzfristige Geschäfte Lerne aus Rückschlägen Jeder Fehler ist eine Chance, besser zu werden Digitale Präsenz Nutze Social Media, um dich und dein Unternehmen authentisch zu präsentieren Geduld und Beharrlichkeit Erfolg kommt selten über Nacht Bleibe dran, auch wenn es schwierig wird Fokussiere dich auf deine Stärken Kenne deine Stärken und setze sie gezielt ein, um dich abzuheben Erkenne Chancen in Krisen Auch in schwierigen Zeiten gibt es Möglichkeiten Sei flexibel und offen für Veränderungen Branding Baue eine starke persönliche Marke auf, die Menschen langfristig im Gedächtnis bleibt Selbstvertrauen Glaube an dich und deine Fähigkeiten Dein Erfolg beginnt in deinem Kopf Der Weg zur eigenen Marke Marcel Ramos hat es geschafft, sich eine unverwechselbare Marke aufzubauen die eng mit seiner Persönlichkeit verbunden ist Dabei geht es ihm nicht nur darum, Luxusimmobilien zu verkaufen sondern auch eine bestimmte Lebensweise und Werte zu verkörpern Er zeigt auf, wie du deine eigene Marke entwickeln kannst indem du deine individuellen Stärken herausarbeitest und sie authentisch nach außen trägst Für Ramos war es entscheidend, dass seine Marke sowohl im persönlichen Kontakt als auch online konsistent ist Authentizität ist dabei der Schlüssel zum Erfolg Er rät dazu, sich nicht zu verstellen sondern die eigene Persönlichkeit bewusst in den Mittelpunkt zu stellen Erfolgsfaktoren im Immobilienmarkt Auch wenn das Buch von Marcel Remus stark auf seine Erfahrungen im Immobiliensektor eingeht lassen sich viele seiner Tipps auf andere Branchen übertragen Im Immobilienmarkt hebt er die Bedeutung von Fachwissen, Verlässlichkeit und persönlichem Engagement hervor Ein erfolgreicher Makler muss mehr bieten als nur gute Objekte Er muss Vertrauen aufbauen und langfristige Beziehungen zu seinen Kunden pflegen Dies lässt sich auch auf andere Geschäftsbereiche übertragen Kompetenz, Vertrauen und der Wille, die Extrameile zu gehen sind entscheidende Faktoren, um in jeder Branche Erfolg zu haben Erfolg ist kein Zufall Was Marcel Remus in Alles anders als alle anderen deutlich macht, ist, dass Erfolg kein Zufall ist Er erfordert harte Arbeit, Ausdauer und den Mut, gegen den Strom zu schwimmen Doch vor allem erfordert Erfolg eine klare Vision und die Bereitschaft, diese auch unter widrigen Umständen zu verfolgen Remus zeigt in seinem Buch, dass jeder die Möglichkeit hat, erfolgreich zu sein, wenn er bereit ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen und sich nicht von Herausforderungen entmutigen lässt Mit diesen wertvollen Einsichten und praxisnahen Tipps gibt Marcel Remus dir in seinem Buch ein Werkzeug an die Hand, um deinen eigenen Weg zum Erfolg zu finden Du musst nicht den ausgetretenen Pfaden folgen Du kannst anders sein und genau darin deine größte Stärke finden Mehr im Buch Alles anders als alle anderen Mein Erfolgsgeheimnis und wie auch du es schaffen kannst von Marcel Remus Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5 Sterne Bewertung gibst Dein Feedback hilft nicht nur dabei, diesen Podcast zu verbessern, sondern unterstützt auch, dass noch mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden Wenn du auf YouTube zuhörst, vergiss nicht den Daumen hoch zu klicken und den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen Dein Like zeigt mir, dass dir der Inhalt gefällt und motiviert mich, weiterhin interessante Themen für dich zu behandeln Auf Spotify, Apple Podcasts oder jeder anderen Plattform kannst du mich unterstützen, indem du mir folgst und eine positive Bewertung hinterlässt Jede Bewertung und jeder Kommentar sind Gold wert und helfen dabei, diese Community zu vergrößern Und falls du auf Social Media unterwegs bist, teile doch gerne diese Folge mit deinen Freunden oder in deiner Story Tagge mich, damit ich deine Posts sehe und wir uns auch dort vernetzen können Nochmals danke, dass du Teil dieser Podcast-Reise bist Bis zur nächsten Episode, mach's gut und bleib inspiriert Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal